Hallo liebe Leute, hier ist Zeider Weiß. Heute fahren wir in Katar und ich bin sehr 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 aufgeregt. Meine Mutter ist auch sehr sehr aufgeregt. Mein Herz macht dann so bum 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 bum, aber ich nehme euch heute mit. Tschüss zum Schuh. Tschüss. Bis eine Woche. Bis eine Woche. Ich mache das Tablet. Tschüss. Schön, du gehst jetzt in den Teil. Und der Kopf ist sehr schwer. Ich bin sehr aufgeregt. Wollen wir den mal machen? So, wir gehen dann. So, eine Pause noch? Eine Pause, oder können wir weiter machen? Also, guck mal. Und dann? Wir schauen nicht. Unsere Mutter kann nicht mehr. Vielen Dank. 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 So, hier haben wir unser Tofa. Ja. 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 Ja.